Also erstmal ganz großes Lob an die Veranstalter, die denn hier. Es ist verdammt wichtig, dass wir uns organisieren. Egal ob lohnabhängig oder vom Amtsschikanier. Weil die meisten von uns, drück doch irgendwo der Schuh. Und wir können das so benassen. Und wir können so weiterleben mit diesem System. Und wir können es verändern. Und ich blicke in so viele ordnungsvolle Gesichter, die sich ein anderes Leben vorstellen können. Aber wir müssen alle gemeinsam den Arsch hochkriegen. Gemeinsam. Ihr könnt, ihr müsst keine Berufsrevolutionäre sein. Ihr könnt, wenn ihr Probleme habt mit dem Amt oder mit der Arbeit, ihr könnt mit der FAU reden in Leipzig. Und ihr könnt schauen, wie wir gemeinsam was verändern können. Dass es euch besser geht. Dass es allen Menschen besser geht. Dann können wir dieses scheißkapitalistische System vom Erdboden befähigen. Lock and get capitalism! Hello! Ich mach mich zusammen. Ich mach einfach die FAU reden. Ich mach mich schon. Der kommt mit Stabine, der Hände heilt. Stattel, du bist ein, da du bist ein. Freie Leute, du bist ein, da du bist ein, da du bist ein, da du bist ein. Statt, du bist ein, da du bist ein, da du bist ein, da du bist ein, da du bist ein. Auch hier nein. Lach, geht's, Capitalism. Egal, der Konrad, der wir hier sind. Lach, geht's, Capitalism. Wir haben einen Fall, der wir sind. Musik 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 Musik